Ja, hallo liebe Geschwister und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video soll es um zwei Punkte gehen. Punkt 1 möchte ich euch nochmal etwas genauer erklären, wie man am besten anhand der Schrift prüfen kann und welche Websites relativ gut sind, um nochmal zu prüfen. Und Punkt Nummer 2, da werde ich euch im Anschluss, also nach dem Punkt mit dem Prüfen, euch nochmal Bibelübersetzungen, Übersetzungen der Heiligen Schrift an die Hand geben, die meines Erachtens lesenswert sind. Ja, fangen wir mal mit dem Punkt des Prüfens an. Ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen was vorbereitet für euch und da kann jeder vielleicht einfach auch selber nochmal nachprüfen. Genau, also wir haben hier Jesaja 9,5, der bekannte Jesaja 9,5, der in jedem masoretischen Text eigentlich denselben Wortlaut hat. Ich mache mal noch ein paar Bibelübersetzungen auf. Wir befinden uns hier in bibelserver.com. Hier haben wir die Möglichkeit, viele Übersetzungen miteinander zu vergleichen. Wir können sie quasi hier reinnehmen, indem wir den Haken in die Bibelübersetzung platzieren. Und wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Bibelübersetzungen mit rein. Bibelübersetzungen, die bei mir immer mit dabei sind, sind auf jeden Fall Elberfelder und Menge. Vor allem die Menge, weil die Menge hier im Bibelserver ganz besonders ist. Das ist die Textfassung von 1939, inklusive Apokryphen. Ganz, ganz toll. Genau, also ich habe jetzt mal ein paar Übersetzungen markiert und die werden wir jetzt mal übernehmen, diese Einstellung. Und da sehen wir jetzt hier Bibelübersetzungen, die man dann auch wieder vergleichen kann. In Jesaja 9,5 heißt es jetzt zum Beispiel, ich lese mal vor von der Mengebibel, denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Und sein Name wird, sein Name lautet Wunderrat, Heldengott, Ewigvater, Friedefürst. Also der Wortlaut ist überall gleich. Ja, auch in der Schlachter 2000. Das hat einfach den Grund, weil es sich hier bei den gängigen Übersetzungen immer um den masoretischen Text handelt. Und zum Thema masoretischer Text und Septuaginta habe ich ja in der Vergangenheit schon ein paar mehr Videos jetzt gemacht, weil es einfach wichtig ist. Also wir haben hier nicht die Textgrundlage von der Septuaginta, sondern vom masoretischen Text. Das sollte aufhören lassen oder aufhorchen lassen. Warum? Weil der masoretische Text, wie gesagt, auch ein Text ist, der erst 600 nach Christus entwickelt wurde und sehr unehrlich von den Masoreten übersetzt wurde. Bei der Septuaginta handelt es sich dabei um eine Übersetzung, die etwa 250 vor Christus entstand und eigentlich schon immer der Standard war. Diese Übersetzung ist der Standard der damaligen Christen gewesen und sollte es eigentlich immer noch heute sein. Aber ja, wir sehen ja, wo die Werbetrommel mehr gerührt wurde. Und das ist leider, 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 leider beim masoretischen Text. Deswegen ist Jesaja 9,5 auf jeden Fall mit einem kritischen Auge zu beurteilen, vor allem bei diesem Wortlaut. So, wie können wir das jetzt am besten prüfen? Es gibt tatsächlich online, eine Online-Septuaginta, jedoch nicht im Deutschen, sondern nur im Englischen. Aber wir können hier einen Übersetzer verwenden. So, habe ich jetzt hier mal die Seite, die habe ich neu gefunden, studybible.info. Da bin ich jetzt hier zum Beispiel in der Brenton-Septuaginta drin. Da gibt es dann auch verschiedene Ausgaben. Einmal die Englisch-Septuaginta-Translation, die ich euch empfehlen kann. Die griechische Variante. Dann gibt es noch eine Charles Thompson, die ist mir jetzt noch nicht so bekannt. Complete Apostles Bible. Und hier auch nochmal eine 212er-Ausgabe in American English. Wir haben uns jetzt mal hier den Isaiah. Natürlich müssen wir das auch in Englisch hier eingeben. 9, 6. Also im Englischen ist es nicht Jesaja 9, 5, sondern Jesaja 9, 6. Und hier haben wir die Übersetzung der Septuaginta. Für diejenigen, die nicht so gut Englisch sprechen können, einfach einen Übersetzer aufmachen. Bestenfalls den Diepel. Der ist nämlich ganz gut. Und wenn wir das jetzt einfach hier einfügen, dann heißt es hier, Denn uns ist ein Kind geboren und ein Sohn ist uns gegeben, dessen Herrschaft auf seiner Schulter ruht. Und sein Name heißt Bote des Großen Rates, denn ich will Frieden über die Fürsten bringen und Gesundheit über ihn. Ja, also ein ganz anderer Wortlaut. Wenn wir uns jetzt mal den masoretischen Text durchlesen und vergleichen, dann hat die Septuaginta einen ganz anderen Wortlaut. Und dieser Wortlaut in Jesaja 9, 5 im Englischen 9, 6 macht meines Erachtens durchaus mehr Sinn. Und sollte als Standard gewertet werden, meines Erachtens, weil der Text einfach der Septuaginta wesentlich älter ist als der, ja, ich würde fast schon soweit gehen, verfälschte Text der Masoreten. Je mehr ich mich auch in die Septuaginta einlese, umso mehr Fehler findet man, Dinge, die hinzugefügt, herausgenommen oder einfach verändert wurden. Ist traurig, aber es sollte uns natürlich auch irgendwo ein Blinker sein, in welche Richtung wir abbiegen sollten, ein Kompass, dass wir auch erkennen können, was ist dem Widersacher wichtig, was möchte er verhindern. Ja, und deswegen können wir uns da gut daran festhalten, wenn wir, vorausgesetzt wir sind, gewillt, zu prüfen. Das ist die Voraussetzung. Dann gibt es nochmal eine Seite, die nennt sich Katabiblon. Die habe ich schon mal, soweit ich mich erinnern kann oder recht entsinnen kann, schon mal in dem Video erwähnt. Ja, katabiblon.com, auch englisch, hier oben links einfach auf diese Striche klicken und dann haben wir hier dann auch die verschiedene Auswahl. Ich würde euch nicht die Hebrew Bible empfehlen, sondern die Greek Septuagint. Wenn wir hier draufklicken, dann kommen wir ins Verzeichnis und dann können wir hier auch die einzelnen Bücher auswählen. Wir sind ja jetzt von Jesaja 9,5 einfach mal ausgegangen, ja, hier haben wir auch nämlich die Apokryphen mit drin, ganz spannend. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den Jesaja 9,5 an. Hier haben wir Jesaja Kapitel 9, das sind die Kapitel und dann haben wir hier die einzelnen Verse, oben ist das Griechische. Und genau, hier ist es tatsächlich dann auch Jesaja 9,5, aber hier steht dann auch schon Jesaja 9,6. Also im Englischen ist es Jesaja 9,6, wie wir es hier eben auch hatten. For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder, and his name is called the message of great council, for I will bring peace upon the princess and health to him. Und hier nochmal dasselbe, ja, auch nochmal zum Prüfen natürlich. Also wir sehen hier nichts von Ewigvater, nichts vom, ich weiß gar nicht mehr, wie der Wortlaut war, Heldengott. Ja, also fragwürdig, sehr fragwürdig, aber leider ein Vers, der sehr oft zugunsten der Trinität eben verwendet wird. Ja, ist einfach so. Genau, soviel dazu, also hier kann man auch wieder schön prüfen, da hat man hier auch, wenn man auf History hier klickt, da haben sich andere Gläubige auch schon ein bisschen an den Text drangemacht, die Wahrheit suchend sind, kann man auch berücksichtigen, muss man halt auch wiederum prüfen, was die da geschrieben haben, ob das auch wirklich stimmt. Deswegen, wir sind selber gefordert, als Nachfolger Jesu zu prüfen, ja, Erkenntnis zu erlangen und dementsprechend auch danach zu handeln, ja, Wort, hier, Erkenntnis bekommen und in Tat zur Ausführung bringen. Eine Seite, die wahrscheinlich der Mehrheit bekannt sein wird, ist Bible Hub, auch nach wie vor gute Seite, hier haben wir Neues und Altes Testament. Hier steigen wir auch mal wieder in Jesaja 9, 5, 1, Jesaja 1, 1 und dann können wir hier eigentlich schneller hier oben, wenn wir hier Jesaja ausgewählt haben, geht schneller, hier auch das Buch und Kapitel auswählen, ne, hier das Kapitel und da können wir dann drüben noch hier rechts die Bibelübersetzung, also hier hat man auch eine große Auswahl. Da muss man sich einfach ein bisschen rumprobieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt die King James Bibel im Englischen empfehlen, weil die King James eigentlich, ja, ähnlich übersetzt wurde oder eigentlich genauso übersetzt wurde wie die Schlachter 2000 und wir wissen ja, die Schlachter 2000 ist ja mehr als korrupt und fragwürdig übersetzt worden. Genau, also wir haben hier Jesaja 9 Kapitel ausgewählt und jetzt brauchen wir Jesaja 9, 6, weil wir ja ein Englischsprachiger sind und dann haben wir hier auch schon den Vers in verschiedenen Übersetzungen, wo man dann auch wieder prüfen kann. Aber mir ist es wichtig, in die Interlinear zu gehen, also klickt ihr hier auf Interlinear und dann könnt ihr hier auch nochmal ein bisschen vergleichen. Punkt ist natürlich auch hier masoretischer Text, wie ihr sehen könnt, ne, überall diese Punkte und Vokalpunkte und so weiter, also fragwürdig, aber man kann da trotzdem auch noch ein bisschen reingehen und das ein oder andere Wort prüfen. Hier haben wir leider auch eben diese Übersetzung, masoretischer Text, wie es halt eben hier auch war, aber im Grunde genommen auch keine schlechte Seite. Ich benutze BibleHub eigentlich eher überwiegend für das Neue Testament. Blue Letter Bible, selbes Spiel wie bei BibleHub, da kann man auch nochmal schön prüfen, bestimmte Wörter, bestimmte Verse. Ja, da kann man hier auch dann die Bücher dann auswählen und die Verse eingeben, eigentlich ein und dasselbe. Das Blue Letter Bible nehme ich meistens eigentlich immer nur ein bisschen so zur Bestätigung für bestimmte Verse. Und das wäre es eigentlich schon gewesen in Bezug auf das Alte Testament. Ja, also das sind so die Seiten, die man ranziehen kann. Also vor allem diese Seite hier, Study Bible, finde ich echt interessant, Kater Bibel und auch, vor allem wenn man in der Sektor Ginter forschen möchte, weil ja, online gibt es halt im deutschsprachigen leider nichts. Aber da kann man dann gut die Verse aus dem Alten Testament auf den Prüfstand stellen, sage ich jetzt mal. Also gar nicht verkehrt. Kommen wir nun zum Neuen Testament, wie man im Neuen Testament am besten prüfen kann. Und da haben wir ein ganz, ganz schönes Werkzeug an der Hand. Ja, und da war ich sehr, sehr froh, dass ich auch diese Seite gefunden habe. Ich bin da durch einen anderen Gläubigen draufgekommen, der auch einen Kanal auf YouTube hat. Genau, wir gehen mal in 1. Timotheus 3,16. Und dann haben wir hier auch wieder die verschiedenen Übersetzungen. Was ich euch hier vielleicht nochmal ins Herz legen kann, ist einfach mal die Übersetzungen zu prüfen, von welchem Jahr die aus sind. Also die Jahreszahl spielt auch nicht selten eine, also auch schon eine ziemlich große Rolle, wenn wir uns zum Beispiel mal das Buch anschauen, diese Übersetzungen. Ja, relativ neu und alles, was so neu gepublished, also veröffentlicht wurde, fragwürdiges Auge, sage ich euch, wie es ist. Ja, also Elberfelder 2,6 ist das hier. Die ist wirklich nicht verkehrt. Einheitsübersetzung geht auch noch hier. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, müsst ihr natürlich selber prüfen. Gute Nachrichtbibel kann ich auch nicht empfehlen. Einhoffnung für alle kann ich auch nicht empfehlen, weil die alle so, ja, wie sagt man so schön, Wischiwaschi übersetzt haben, also nach eigenem Gutdünken. Lutherbibel kann ich auch nicht empfehlen. Mengebibel ist eigentlich die beste aus dem Bibelserver. Neue evangelistische Übersetzung habe ich erst im neuen Video auch zum Tetragrammaton erklärt. Also die übersetzt nur mit diesem Tetragrammaton-Namen, ist auch mehr als fragwürdig, weil sie auch Sachen einfach hinzufügt, rausnimmt, verändert. Neues Lebenbibel würde ich auch eher verneinen. Schlachter, da sollten die meisten Bescheid wissen, dass die Schlachter mit einer der korruptesten Bibeln ist, Übersetzung ist. Und die Zürcher, die finde ich sogar tatsächlich auch nochmal ganz gut. Also ich würde es so einkategorisieren, Menge, dann Elberfelder und Zürcher, sage ich mal, teilen sich beide so diesen Platz zwei. Aber das ist meine Einschätzung, so wie ich das jetzt anhand der Videos, die ich herausgearbeitet habe über der Zeit bewerten konnte, da ich mich sehr mit diesem Bibelserver einfach beschäftigt habe und beschäftige, nach wie vor beschäftige. Falls Neuerkenntnis kommt, lasse ich euch das natürlich, ja, lasse ich euch natürlich teilhaben. Genau, gut, also ich habe jetzt mal 1. Timotheus 3,16 aufgemacht, weil hier auch vor allem die Schlachter natürlich sehr unehrlich übersetzt hat, was wir hier auch wieder prüfen können. Wer wurde offenbart im Fleisch? Natürlich Christus, er oder der ist die richtige Übersetzung. Ja, und Gott ist die falsche Übersetzung. So, und wenn wir sowas zum Beispiel sehen, eine Abweichung von einer Schrift, dann müssen wir hellhörig sein, werden und natürlich auch prüfen. Und dazu gibt es, ja, GreekCNTR.org, also Center for New Testament Restoration. Wunderbare Seite, hat mir sehr geholfen in meinem Bibelverständnis, also dem Verständnis anhand der Heiligen Schrift. Und ich möchte es euch auch nochmal ganz kurz erklären. Also wir sind in 1. Timotheus 3,16. Hier könnt ihr die Bücher auswählen, natürlich auch wieder alles in Englisch. 1. Timothy, hier, also hier die Bücher, hier die Kapitel, Kapitel 3 und hier der Vers, 16. Ja, und dann können wir uns hier ein eigenes Bild machen. Ja, wir haben hier die älteren Textzeugen und wir haben die neueren Textzeugen. Dieser Dreieabschnitt hier ist meistens, oder müsste dieser Dreieabschnitt vom Textus Receptus sein. Also der ist, ja, kritisches Auge. Wenn ihr noch nicht den Unterschied zwischen den Textus Receptus oder die Mängel vom Textus Receptus kennt, dann schaut euch gerne das Video in der Infobox an. Das werde ich auch nochmal in der Infobox verlinken, dass ihr euch einfach auch nochmal da ein eigenes Bild davon machen könnt. Weil, ja, Textus Receptus ist halt meistens der Text, der dann eben diese, ja, ich sag mal, Verfälschungen mit reingenommen hat. Ja, also wenn wir uns den 1. Timotheus 3,16 anschauen, wissen wir, es heißt der oder er. Und ja, 375 bis 499 kam die erste Veränderung auf Gott. Also dieses der oder er wurde verändert auf Gott und das wurde halt eben bei diesen beiden oder diesen dreien, dieser Dreierkonstellation eben übernommen. Obwohl es eigentlich der heißt, wurde daraus Gott gemacht in diesen Übersetzungen, wie wir es ja auch hier in der Schlachter 2000 gut erkennen können. Genau, also im Großen und Ganzen einfach darauf achten, die älteren Textzeugen sind vertrauenswürdiger wie die neueren Textzeugen. Also auch immer, wie gesagt, die Konzile berücksichtigen, die C.A. Konstantinopel und dann einfach schauen hier, was hat sich verändert. Ich denke, da kann man sich ziemlich schnell reinarbeiten, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Genau, und wenn es Probleme gibt, einfach den Übersetzer verwenden. Ich weiß, die Seiten, die ich euch jetzt gezeigt habe, sind eigentlich alle so gut wie in Englisch, außer der Bibelserver. Aber deswegen benutze ich dann einfach einen Übersetzer. Oder vor allem in Bezug auf die Septuaginta, und da möchte ich jetzt auch auf den letzten Punkt zu sprechen kommen, meine persönlichen Empfehlungen, wenn es um die Heilige Schrift geht, fürs Neue Testament die Menge Bibel 2003. Die ist ganz solide, die ist ganz gut. Ja, hat mehrere Vorteile. Es sind verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten angegeben. Das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt meines Erachtens. Und ja, auch auf jeden Fall, wenn im Neuen Testament etwas zitiert wird, dann wird auch die zitierte Stelle, die alttestamentliche zitierte Stelle dann auch nochmal in Klammern angegeben. Beispielsweise, Paulus zitiert aus dem Alten Testament, aus Mose, dann wird beispielsweise 5. Mose mit Kapitel und Vers dann auch in Klammern angezeigt, was Paulus im Neuen Testament zitiert hat, dass man gleich auch auf die alttestamentliche Stelle wieder zurückgreifen kann und auch selbstständig auch nochmal prüfen kann. Finde ich ganz gut. Wie ihr sehen könnt, Preise sind natürlich etwas happig. Ich habe auch ungefähr 50 Euro für die Menge Bibel ausgegeben, aber es ist eine meines Erachtens einmalige, wichtige Investition, einfach weil diese anderen Bibeln etwas fragwürdiger übersetzt haben. Wie gesagt, Menge ist okay. Elberfelder 2.6 finde ich ganz okay vom Bibelserver, auch bibelserver.com und die Zürcher ist auch nicht schlecht. Zur Septor Ginter gibt es nicht so viel Auswahl, was ja auch wiederum gut ist. Da habe ich zum Beispiel diese hier bezogen von Amazon, also 80 Euro. Also kosten alle ungefähr das Gleiche. Es gibt halt noch diese Septor Ginter, aber die ist halt griechisch only. Ja, also wenn man kein griechisch kann, würde ich das eher sein lassen. Also hier diese beiden hier würde ich dann schon empfehlen. Steht dann meistens auch immer drauf, Septor Ginter Deutsch, das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung. Und deswegen, weil es dieses Doppelpack so teuer ist, möchte ich auch nochmal einen Aufruf starten. Aber davor nochmal wichtig zu ergänzen. Also Menge Bibel, Neues Testament lesen, also nur ausschließlich fürs Neue Testament, Septor Ginter ausschließlich Altes Testament, inklusive Apokryphen. Ja, genau. Genau, und der Aufruf ist, oder ist eher ein Angebot, ja. Ich möchte für fünf Leute ermöglichen, dass sie kostenlos dieses Paket hier bekommen. Menge Bibel und Septor Ginter. Vor allem der Aufruf an die Leute, die vielleicht nicht das Geld haben, sich diese teure Septor Ginter und die teure Menge Bibel zu kaufen. Das möchte ich ermöglichen. Ich kann es aber jetzt vorerst einfach mal fünf Leuten erst ermöglichen, weil es doch ein bisschen teuer ist. Also 50 Euro und hier nochmal 80 Euro. Ich gebe da auch mein Bestes. Aber ja, wer daran Interesse hat, der kann sich gerne bei mir per E-Mail melden und einfach die Adresse senden. Mir wäre es natürlich auch nochmal ganz lieb, wenn man einfach auch nochmal davor sich vielleicht kennenlernt, dass ich erstmal auch prüfen kann, hey, ist die Person eines Sinnes stets im rechten Glauben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, man will ja auch nicht und das einfach auch nicht falsch verstehen. Man will aber auch nicht die Perlen vor die Säue werfen, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, ja, könnt euch gerne melden. Ich will jetzt da auch kein großes Trara drum machen. Also wie gesagt, wer wirklich eifrig im Wort lesen möchte, wer wirklich diesen Hunger verspürt, im Wort zu lesen, sei es altes oder neues Testament und natürlich auch die Worte, die geschrieben stehen, auch zur Ausführung bringen möchte, der in Wort und Tat wandelt und Interesse daran hat, ja, einfach per E-Mail melden, lange Rede kurzer Sinn. Meldet euch und dann sehen wir weiter. Ja, genau. Soviel dazu, das zu meinem kleinen Aufruf. Ich hoffe, das Video wurde jetzt nicht zu stark in die Länge gezogen. Soviel von meiner Seite. Ich wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen, ganz viel Kraft in den kommenden Zeiten. Und wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort. Laut Matthäus 4, 4 und so Gott will. Bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.